Wir wollen ein Zeichen setzen, dass es noch mehr Ärzte gibt, die nicht damit einverstanden sind und dass es viele Ärzte gibt, die seit langem darauf warten, dass endlich mal eine wirklich wissenschaftliche Begründung für diese ganzen Maßnahmen auf den Tisch kommt. Und das ist leider nicht der Fall bisher. Die Bundesregierung lehnt jeden Dialog mit Kritikern ab. Es ist unglaublich. Ich habe einige Kollegen gefragt, die diese Maßnahmen für gut heißen, was denn der PCR-Test ist, was die sich unter dem PCR-Test vorstellen. Wie funktioniert der überhaupt? Die wussten das nicht. Die konnten das nicht beantworten. Unglaublich. Ich kann wirklich nur alle Kollegen dazu aufrufen, sich wirklich mal eingehend damit zu befassen, auch die kritischen Stimmen anzuhören und sich dann ihr Bild zu machen, um nicht einfach das Futter, das man ihnen zum Fraß vorwirft zu fressen und dann den anderen Leuten nach dem Mund zu reden. Mein Name ist Pierre Muboyen und ich bin Augenarzt. Mein Name ist Klaus Brecken. Ich bin Facharzt für Chirurgie und Facharzt für Allgemeinmedizin. Ich stehe hier in Leipzig für die Menschheitsfamilie, insbesondere für die Schwachen in unserer Gesellschaft, unsere alten Mitmenschen und unsere Kinder. Ich stehe hier in Verbundenheit zu meiner Berufsordnung, zur Genfer Deklaration und verpflichtet dem Patientengesetz, welches verankert ist im bürgerlichen Gesetzbuch. Letztendlich wird der Kampf im Körper über das Immunsystem entschieden. Und daran sollten wir arbeiten und denken.